Ich bin der Adrian, er, und identifiziere mich als Transmann. Was wünschst du dir von deiner Umwelt? Naja, einfach so, also ich finde es halt wichtig, dass dieses Thema auf dem Schirm ist, dass das auch Sichtbarkeit bekommen darf, weil es nichts Schlimmes ist. Also das finde ich immer so, das wird immer so überdramatisiert. Also sobald jemand sich als Trans outet, wird er gleich auf so ein Podest gestellt. Dann ist es das Anschauungsobjekt, wo ich mir sagen muss, hey Leute, wenn ihr wüsstet, wie viele Menschen das einfach betrifft. Und es ist ja auch für Transmenschen wichtig, dass sie eben nicht auf dieses Podest gestellt werden, sondern dass sie ein ganz, ganz gelingendes, neutrales Leben führen können, ohne dass sie ständig auf dieses Transsein reduziert werden. Weil das passiert mir auch, dass Leute, die das wissen, mich immer wieder auf das Transsein reduzieren. Also das finde ich total schade, dass man dann automatisch immer, wenn man Trans ist, darauf fokussiert wird. Wobei ich es wichtig finde, ich mache auch Witze über mich. Man muss auch teilweise Sachen mit Humor nehmen im Leben, das ist auch in Ordnung. Aber ich finde gerade Transfrauen haben es extrem schwierig, was ich total schade finde, weil irgendwie diese Männlichkeit in der Gesellschaft so krass mitschwingt, dass halt sobald da irgendwie noch was da zu sehen ist, diese Person immer gleich darauf reduziert wird und dann bist du keine richtige Frau oder andersrum, du bist kein richtiger Mann dann im Trans-Mann-Bereich. Das finde ich so, diese Suche nach etwas, das vollkommen richtig ist, finde ich immer super anstrengend. Wer jemand liebt oder warum ich jemand liebe, das ist nochmal ein anderer Grund. Also es gibt Menschen sicherlich, denen ist das Körperliche total wichtig, okay. Es gibt Menschen, die lieben einfach Menschen, weil sie toll sind, weil sie einzigartig sind, so wegen Charakter. Also das würde ich mir einfach wünschen, dass die Gesellschaft dann mal ein bisschen entspannter wird in Bezug auf, was ist denn jetzt ein richtiger Mann, eine richtige Frau. Das gibt es überhaupt, nein, das gibt es nicht so. Also jeder definiert das für sich nochmal anders. Und das finde ich einfach so ermüdend, dass sich Menschen, die halt unter Trans oder dieses Label fallen, immer rechtfertigen müssen, ob sie denn jetzt fertig sind oder nicht. Und das ist so der Punkt, der mich am meisten nervt einfach dabei, dass man auf dieses Trans-Sein ständig reduziert wird. Also dass man einfach nicht den Menschen sieht, sondern immer nur das Label. Was ist eigentlich das Beste an deiner Identität? Ich finde es super legendär, wenn ich in einer, also ich bin ja noch im Fußball aktiv, bin ja inzwischen Torwarttrainer und wenn ich dann da am Stammtisch sitze in den Vereinen und dann so die Männerrunde da am Fachphilosophieren über irgendwelche, auch Frauengeschichten und ich sitze dann da und dann empört sich die Männerrunde darüber, wie die Freundin oder die Partnerin irgendwie wieder irgendwas gemacht hat, was sie gar nicht so cool fanden. Und ich finde es immer so toll, weil ich dann da sitze und denke mir, wenn ihr wüsstet. Weil ich ja immer beide Seiten so ein bisschen kenne zumindest, wobei ich nicht sagen würde, ich habe jemals wie eine Frau mich gefühlt, aber ich kenne beide Seiten. Einfach weil ich habe auch wahnsinnig viele Frauen im Freundeskreis und kriege da natürlich immer alle Seiten mit, also sowohl die Männergeschichten als auch die Frauengeschichten und ich finde es einfach amüsant. Und das liebe ich so an meiner Identität, weil die Menschen, die es nicht wissen, haben ja gar keine Ahnung. Und dann finde ich es einfach super spannend, auch mal durchaus da mitzuspielen. Je nachdem, wenn ich mich dann noch oute, irgendwann für die große Überraschung zu sorgen, aber es macht halt auch Spaß teilweise. Vielen Dank. Ja.